willkommen ihr leben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja ich starte heute mal auf dem rathus 10 angriff aus unserem laufenden klankrieg 20 auf 20 habe ich mal gedacht sonst starte ich meistens mit elf oder zwölf aber hier haben wir auch noch drei zehner und wenn wir uns gerne mal angucken sondern spam angriff hier vom nagi und die folge soll in jedem fall so ein bisschen als update information gehen oder info informationen was es eigentlich heute abend zu sehen gibt es gibt natürlich clash of clans zu sehen also heute abend 20 uhr die auslosung des beach party turniers von der gml und vom coc event server ausgetragen wer dort die paarungs auslosung bzw team auslosung stattfinden wir werden das ganze denke ich auch mal in irgendwelchen tabellen festhalten ihr werdet die zeitpläne sehen und so weiter aber wir werden natürlich auch ein bisschen clash of clans spielen denn natürlich so eine auslösung die ziehen wir jetzt nicht über vier fünf stunden hin sondern wir werden das schon recht knackig machen aber es ist halt teil des abends und man hatte mich gebeten dass vielleicht wird zu bringen diese auslosung weil es auch ganz kann muss man sagen ganz schön viele teams sind und dann ist das nicht immer so im geheimen und im geheimen kämmerlein und im stillen kämmerlein so nach dem motto wir haben gezogen sondern dann mache ich das hier natürlich vor der kamera und ihr habt so ein bildchen gesehen endspurt hier endspurt bei mir im rathaus zwölfdorf also kommt heute abend vorbei und wir clash clash of clans so ein bisschen ziehen so ein bisschen klönen wieder so ein bisschen ich habe auch ein gast im discord der da auch ein bisschen noch was zu sagen kann denke ich mal und ich bin auf jeden fall gespannt wie der abend wird ich hoffe er wird uns gefallen also nicht nur euch sondern auch mir und meinemjenigen den ich dann auch im discord habe von der gml orga und ich denke das wird noch coole sache aber eine runde sache hat der nagy auch gemacht aber nichtsdestotrotz muss ich auch ein bisschen weitermachen aber ihr habt ja gesehen ich befinde mich so ein bisschen im endspurt ich habe so ein bisschen das ich habe so ein bisschen das gefühl dass ich mich vorm update befinde also das letzte update brachte hier nochmal 50 neue mauern mit und ich muss 49 stück noch machen okay worden sei mal dahingestellt und auch den könig der muss jetzt noch ein level danach gehen aber wir haben ja ich habe ein bisschen hoffnung deswegen habe ich auch relativ kurzfristig noch abgedreht es gibt ja dies nette event hier was ich mir gerade so billig rein spiele ich war klar je nach liga machst du dort entweder viele angriffe wenn du dann drei helden immer schaffst also mit worden king oder queen oder aber du machst es so wie ich und snacks snacks den einen helden nach dem anderen ihr seht das hier mal wieder in meinem attack lock okay das hat da die base musste ich die musste ich mal ganz mitnehmen aber den rest hier habe ich mir weggesnackt die 25 heldenlevel oder die 25 wie heißt es da eigentlich knock out any hero 25 mal also irgendein egal was was für ein ein muss ich jetzt noch machen und ja entweder also ich habe es wirklich heute morgen auf die billige art und weise gemacht ich habe natürlich dabei pokale gedroppt ohne ende das macht aber nichts da ich ja noch ein bisschen was machen muss nämlich ihr mauern und ein bisschen king und ein bisschen worden muss ich dafür auch noch ein bisschen rein fahren aber ich sehe es zuversichtlich jetzt mit dem heldenbuch werden wir uns auf jeden fall den worten hoch machen oder zumindest ich und ja so eine base nehmen wir immer gerne mit ihr seht ich habe meine armee so ein ganz kleines bisschen umgebaut ich habe natürlich immer noch die kobolder dabei ich habe immer noch die schweinereiter dabei aus dem letzten event beziehungsweise aus dem heilzauber event aus dem pass mache ich einfach nicht ich lasse die armee meistens und ich mache die dann einfach so weiter aber ich habe hier hinten ein klo zauber denn ich will den skelett zauber klonen ich glaube das ist eine ganze eine ganz ökige sache denn die skelette hier überleben fast immer bis zum schluss ich muss jetzt nur gerade mal gucken wo wir hier am einfachsten reingehen ich meine hier ist alles tot nachher muss man ja ganz muss man muss man mal so sagen hier ist ja irgendwie alles ziemlich tot also gehen wir hier mal über die flanke rein hier auch ich habe noch einmal ich habe ja auch dabei ja okay mal sehen vielleicht machen die uns ja eine mauer auf da und queen hinterher den worten hinterher so ein paar die kann ich ja eigentlich alle mit rein schicken hier sehe ich gerade hätte ja nicht ein einziges lager aus ich hatte jetzt die letzten bases immer da waren natürlich mal außen bases außenlager und da habe ich mir mal ein paar aufgespart aber hier hat er wirklich alles drin und die gehen da schon mal richtung rathaus das natürlich nicht schlecht aber das rathaus feuert natürlich und wir nehmen hier jetzt mal unsere skelett zauber und den klon damit rein mal gucken ob sich denn ich weiß ich kann euch nicht genau sagen ob es sich lohnt oder ob es sich nicht lohnt nehmen wir die schweine noch mit rein und die boxen sich da aber gut durch glaube ich sehe ich gerade die boxen sich da gut durch das sieht ganz gut aus guckt euch das an hier die skelette die skelette echt krank und für mich das ist ja wie habt ihr schon mitgekriegt das ist mein gefundener zauber hier okay ich habe jetzt noch mal da so ein bisschen was abbekommen von dem magier turm ob man meine queen nicht sterben lassen hier und einmal noch die hoxie durchgehalten ja dann haben wir das in dem fall gemacht auch wieder ein bisschen was rein gefahren also wie gesagt die folge sollte einfach nur ein bisschen info sein zum bevorstehen in event und ich bin im moment einfach ein bisschen bisschen biovoll muss ich sagen liegt einfach daran dass ich urlaub habe und im urlaub ja wohl ein heldenbuch eingesacktes schick jawohl wo ist es ein heldenbuch und ich würde ja ganz gerne in worten hochspielen 96 okay ein bisschen fehlt mir dann noch ich glaube das kriege ich ich wollte gerade sagen das kriege ich auch nicht mit dem zusammen was ich da habe dann muss ich hier noch mal ein bisschen nachbauen und ja dann mache ich mache das in jedem fall heute fertig also es geht auf jeden fall dem ende zu wir können auch wir können zwei mauren wieder machen dann ist es einmal ja ich habe jetzt die ganzen tage immer versehentlich auch eine mauer mit elex gemacht ist natürlich doof wenn du das elex für einen borden brauchst also kleiner fehler meinerseits aber kurze info kurzes info video hier also wir sehen uns heute abend hoffentlich um 20 uhr auf diesem kanal die ziehung wird ein bisschen später natürlich stattfinden dass wir erstmal ein paar zuschauer haben wenn wir sofort anfangen zu ziehen dann verpassen sicherlich auch einige etwas ich hoffe aus den mannschaften selber kommen auch einige mit ihnen stream und fiebern so ein bisschen mit gegen wen sie denn als erstes ausgelost werden ich bin wirklich gespannt ihr könnt auch gespannt sein auf welche clans wir da treffen bzw welche clans an teilnehmen denn das ist auch ein event wo eigentlich auch spieler gesucht haben ein team gesucht haben und dort da darf man bei solchen events da darf man einfach nicht denken so nach dem motto ich muss dann pro sein oder so um an so ein turnier teilzunehmen überhaupt nicht das soll für alle sein das turnier und wenn einer halt nicht so gut ist dann sei das mal dahingestellt hat ist das auch nicht so schlimm für sowas ist eigentlich so ein turnier und deswegen werden wir auch so ein bisschen für die turniere und ich freue mich dass ich das für die gml hier ein bisschen mit begleiten kann ich denke bis heute abend ciao ciao euer toto clasht so so Bis zum nächsten Mal.